Es ist wieder Zeit für Netzprediger. Lasst alles stehen und liegen und geht auf Massengeschmack.tv oder in euren Podcast-Stream, auch in HD, und guckt euch die neue Sendung an. Heute mit dabei Rob Wegers zum Thema Stirbt die Innenstadt durch den Online-Handel? Eigentlich sehe ich meinen DHL-Mann öfter als meine Freundin. Ja, das könnte man vielleicht so hingestellt lassen, auch wenn ich darüber jetzt nachdenken muss. Und Holger beschäftigt sich mit Oberflächlichkeiten im Netz. Er hat sein ganzes Privatleben industrialisiert. Alles, was er tut, alles, was er macht, wird sozusagen hier in seinen Clips verarbeitet und immer irgendwie so unterschwellig dann gesponsert von der Industrie mit Beautycremes und keine Ahnung und dies und das. Und ich habe mich in meiner Moderation ein wenig mit der ALS Ice Bucket Challenge und den Folgen und den Zahlen und der Kritik daran auseinandergesetzt. Jetzt auf Massengeschmack.tv oder als Podcast auch in HD. Ich kann es nur empfehlen. Und als Podcast. Verdammt. Auf Massengeschmack.tv und als Podcast auch in HD. Nein. Nein, nicht. Auf Massengeschmack als Podcast in HD. Nein. Oder in HD. Der Podcast ist nicht in HD. Ach so. Auf Massengeschmack als Podcast oder in HD. Nein. harbsmack. Ich versuche auf 20 univerartsmittel. Wie soll mich gerade nicht mehr anutedmen? Heiliger Visностью. Geh doch mal! Kit Kline 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 also? component zu v terrible. Untertitelung des ZDF, 2020